hallo ihr meine lieben zuerst ich entschuldige mich weil ich war jetzt ziemlich faul dieser letzte monat ich habe keine neue video auf den kanal aufgeladen jetzt habe ich entschieden ich fange an mit einem video über september diesen tages in deinem waldviertel wunderschön und so werde ich euch zeigen ein bisschen was die die wälder jetzt zu bieten haben ihr werdet viele verschiedenen schwammel und pilzen sehen die sind wirklich auch wunderschön wunderschöne wälder schönen himmel ich finde es wirklich sehr schön in dieser zeit wieder wie waldviertel ausschaut und man sieht zu viel den reflex auf die brille jetzt geht man die brille weg und dann ich verspreche den nächsten der nächsten tage werdet ihr neue rezepten haben jetzt ist der zeit wo die schwammel kommen und so etwas mit pilzen dann wenn man vielleicht noch etwas mit zucchini haben und dann wenn man sehen aber ich versuche jetzt ein bisschen breiter zu sein und die videos regelmäßig regelmäßiger aufzuladen so genug gesprochen chama di natura so 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 so